hallo herzlich willkommen wieder bei der nächsten episode von pilot 4 und wir sind wieder unterwegs die team suchen ich hoffe ich finde ich habe ich gefunden so einfach komplett verformt das hier ebenfalls was ist das nehmen das nehmen das nehmen das nehmen das Und was geht jetzt schon da? Oh, das ist nichts. Das muss man abhören. Oh, wie heißt das nochmal? Schlagfeld. Okay, Schlagfeld. Dann muss ich schauen. Ne, eventar. Das und auf S muss man runter gehen. Und das ist, wo ist diese Scheiße? Ah, Schlagfeld. Oh, okay. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzeit. Sarum, meldung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Erkennung. Okay, Bebego, Bebego, Bebego. Also wir gehen da hin. Okay. Die haben schon langsam... Ich werde es nicht erkennen. Ich werde es nicht erkennen. Ich werde es nicht erkennen. Nachläufen, bevor wir in irgendwelchen Nutzer kommen. Ich glaube, wir warten irgendwann hier. Was kommt das denn uns bekannt vor? Oder nicht? Keine Ahnung. Okay. 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 Keine Bewegung, kein Schüt weiter, sonst, sonst, sonst blase ich den Schädel weg. Wer sagt, wer schickt euch? Ach du heilige Scheiße Hey! Scheiße was hab ich gemacht? Warte mal Kürzlich hab ich gespeichert Weiß auf einmal die Monster Große Super Mutant Alter Vielleicht können wir das anders regeln als ihm zu umbringen Nehmen wir Kommen die Scheiße dass die Waffe hat nur einen neuen Schuss Irgendwann müssen wir weiter Wir müssen die Wissenschaft hoch pushen Und die Fackbank Unsere Waffen sind noch besser und effektiver Die Gegner Schade Aber passiert Leider So Dass du würdest sie nicht verschwenden Gehört mir Oh Oh Schlag ihm Au Ja Klar Alter Alter Diese Waffe ist übertrimmt statt LOL 124 Was für ein Monster Wir haben allein mit ihm aufgenommen Ich glaube Ich glaube Wo ist der Der hat übertrimmt Ok Hallo Das nehmen wir Das nehmen wir Und Nee LOL Was ist das für eine Farbe? Gute Ich nehme die Die Hab Ich Schon Ja Hab ich schon Alter Schulter Abbrechen Müsste Statteln wir erstmal Und ja Gehts weiter Äh Wird Ey Genau Sicher ist da Yay Hilfen Zähne Nein Brandis Keine Bewegung Keine Schütter Sonst Sonst Blase ich die Schädel weg Wer schickt euch Wie seid ihr hier eingekommen? Ich bin zum Reden hier, Bruderschaft. Ich sehe mich nur um, Notsignal, Waffenfall erlassen, Brandes. Du bist Paladin Brandes? Ich habe dir eine Frage gestellt. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holowänder haben mich hierher geführt. Die anderen? Was ist mit ihnen geschehen? Die anderen? Sie sind tot. Tut mir leid. Dachte ich mir schon. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Aber ich, ich konnte nichts für sie tun. Nicht allein. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Kremskrabs. Wenn du was haben willst, nimm es. Der Bruderschaft wieder ernst. Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es wird Zeit, sich zurückzumelden. Ich kann nicht. Es ist zu lange her. Ich wäre nicht mehr von Nutzen. Aber ich bin ganz allein. Es war einfache zu viel. Ein zu großes Risiko. Ich habe mich versteckt. So lang. Drei Jahre? Ja. Ungefähr. Zu lang. Okay. Niemand kennt das Commonwealth besser als du. Wir brauchen deine Hilfe. Nein, es gibt kein Zurück. Nicht für mich. Nicht mehr. So. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Wir brauchen dich, Paladin. Nein, es gibt kein Zurück. Nicht für mich. Nicht mehr. Okay. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich schaffe das. Ich verstecke mich. Und kämpfe gegen jeden. Und alles. Ist das alles? Ich lebe allein. Ich gehe den Leuten und Dingen aus dem Weg. Was willst du? Ich könnte dich auch hier schlafen lassen. Ist in Ordnung. Oder? Ist doch was. Es ist nicht viel. Aber wenn du Hunger hast, sonst hab ich nur noch meine Waffe. Und... Und... Nein, die brauche ich noch. Du... Du kannst sie nicht haben. Später. Später dann. Auf Wiedersehen. Und... Und... Danke. Das brauche ich. Das brauche ich. Juhu. So, gut zu wissen. Diesmal haben wir anders ein bisschen geregelt. Das ist uns wichtig. Ja, bewegt seine Arsch einfach, ja genau, oh, Moinu Moinu Moinu, was ist das, ein M-Dörse. So, haben wir ihn gebunden und jetzt gehen wir zurück dazu, genau, ja, ich kriege Klappe. So glitschig und ja, toll. Hm. Gehen wir nach unten? M-Meldung, Ritter. Äh, Bericht. Ich hab meine Untersuchungen zum verschwundenen Team abgeschlossen. Paladin Brandes war der einzige Überlebende. Brandes? Was ist mit ihm geschehen? Er will Ruhe haben. Kann er zurückkehren? Er ist noch am Labi. Aussicherlose Fall. Könnte ich bitte deine Aufmerksamkeit haben, Ritter? Es geht ihm gut, aber er will, dass man ihn in Ruhe lässt. Er hat aufgegeben. Ich hätte mehr von ihm erwartet. Wirklich schade. Nun gut. Gibt es sonst noch was? Möchtest du ihre Holobänder haben? Danke. Ich sorge dafür, dass die Angehörigen sie erhalten. Okay. Äh. Das ist alles. Ich schreibe einen Bericht für den Ältesten. Außerdem möchte ich dir eine neue Rüstung geben. Trag sie mit, Ritter. Oh, die nicht schlecht. Das war keine einfache Mission, Ritter. Gut gemacht. Im Augenblick habe ich dringendere Angelegenheiten, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe Berichte über verschwundene Vorräte aus unserem Versorgungslager am Flughafen erhalten. Ist vielleicht ein internes Vergehen? Falls ja, ist das ein schweres Sicherheitsrisiko. Genau das macht mir Sorgen. Wenn es einen Verräter gibt, könnte unsere gesamte Operation gefährdet sein. Ich möchte, dass du die Untersuchung leitest. Melde dich bei Ritter Sergeant Gavel auf der Basis. Er befehligt unsere Logistikabteilung. Er erklärt dir alles über seine Einheit und das Lager. Darüber hinaus kannst du die Untersuchung nach Belieben führen. Melde deine Erkenntnisse direkt an mich. Ist das klar? Ja. Ja, Sir. Ich erwarte Ergebnisse. Bringen Sie mir. Wegtreten. Okay. Prost. Okay. Erstmal gehen wir zu unserer Kleidung. Wir haben hier was entdeckt. Gut. Und der ist nicht schlecht. Okay. Sollen wir uns jetzt steigern oder was? Gut gelesen. Gut. Richtig gelesen. Gut. 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 Grüßchen Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Episode von Pilot 4. Und wir sind wieder unterwegs mit diesem Team suchen. Woah? Ich hoffe ich finde dich mal. Ich hab nicht gefunden. Das war so einfach. Komplett verformt. Das hier ebenfalls. Was ist dir passiert? Du brauchst das nicht. Das nehme ich. Und was geht jetzt weiter? Oh, plötzlich. Das muss man abhören. Oh, wie heißt die nochmal? Ach ja, der Schlaggefährt.